Ich möchte nicht, dass irgendjemand in die Schulen reingeht, bezahlt vom Staat und meinen Kindern irgendwie erzählt, dass sie vielleicht auch eine Frau sein können. Ich möchte das nicht, dass in die Familien eingegriffen wird von staatlicher Seite. Und das hat mit der Gleichberechtigung von Homosexuellen überhaupt gar nichts zu tun und das wird auch von unserer Partei getrennt.